Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, um bei mir hier hereinzuschauen in meinen YouTube-Kanal, wo es um Musik geht, um Handwerker-Videos, um Ziegelsteine, um Essener, um Schnitzelsemmeln und um Kaiserschmarrn. Heute werden wir das erste Mal mit diesem Anschlag arbeiten. Ich habe euch das versprochen, ich habe gesagt, nur zum Demonstrationszweck will ich jetzt nicht irgendwas fräsen. Und heute ist es schon soweit, ich muss bei einer Sitzbank Leder tapezieren und jetzt will ich unten so einen Falz ausnehmen, dass der Stoff dann, also das Leder bündig ist und unten kommt dann noch ein Deckel drauf, quasi das im Falz. Ich habe hier ein Muster schon gefräst, quasi das hier Schaumgummi kommt, dann das Leder. Das Leder wird hier niedergedackert und ist dann ziemlich bündig damit. Und hier unten kommt dann noch eine Platte drauf und ja, daher ist dieser Falz mit 4 cm Tiefe und 3 cm Stärke zu fräsen. Perfekt wäre es natürlich, wenn ich liegend mit Vorschub fräsen kann, das geht in dem Fall nicht, sonst müsste ich die, wie sagt man, die Spindel wechseln. Das ist eine 30er Spindel und ich habe so große Falzköpfe nur für eine 40er Spindel. Jetzt fahre ich stehend durch. Ich nehme mir hier dieses, wie sagt man dazu? Wie sagt man zu dem? Schiebestock sagt man nicht. Egal, ihr wisst, was ich meine, mir fällt der Name jetzt nicht ein, wie man da so sagt. Hm, wie sagt man das? Brettlatte, ist egal. Auf jeden Fall werden wir hier das jetzt fräsen. Wie gesagt, den Anschlag, hier habe ich 4 cm bin ich damit raufgefahren und 3 cm lasse ich es herausschauen. Das habe ich hier damit gemacht, also mit meiner Leere, mit meiner Einstellleere. Die kann ich... Jetzt sehe ich, ich bin auf 39,5 mm und hier in der Tiefe sehe ich es, ich bin auf 3,1 mm. Und ich muss wirklich sagen, das funktioniert extrem gut, wenn man... Und ich muss wirklich sagen, das funktioniert extrem gut mit diesem Teil hier. Ich würde sagen, wir fräsen einfach mal. Wenn ich einmal glaub, ich halte es nicht mehr aus und einfach fortgehe und dann auf der Straße stehe und das Ombre da, wenn es ist heiß, dann bin ich allein. Und wenn die Luft so unteidlich schimmert und die Sonne da, wenn es ist heiß, dann bin ich allein. Und ich sage es immer, wenn es ist heiß, dann bin ich allein. Auf einmal, ich weiß gar nicht wie, wo ich wieder auf Freude am Leben und leise setzt sich das Glück zu mir und die Sonne ist untergegangen und ich bin immer so allein. Oh, weibern, die Hände, das wohl ich, ich schau, du, dich schenk. Ich sitz an Fuss voneinander, wo die Strasse und mein Himmel zusammenstös, du, dich mächtig, ich geh. Oh, weibern, die Hände, das wohl ich, ich schau, du, dich schenk. Ich sitz an Fuss voneinander, wo die Strasse und mein Himmel zusammenstös, du, dich mächtig, ich geh. Und es ist vollbracht. Jetzt werde ich noch Kanten brechen. Das ist eine Panelplatte, also Tischlerplatte sagt man auch dazu. Die gibt es mit Deckschicht Furnier, quasi gegen die Mittellage. Hier läuft das Holz so, da müssen die Gegenlagen vom Furnier so sein. Hier in dem Fall habe ich MDF genommen, da ich auch Teile furnieren lassen muss. Und wenn man es furnieren lässt, ist es wirklich besser. Wenn ein MDF-Deck ist, dann kann sich die Furnierschicht nicht durchschlagen. Aber dies ist auch eine Tischlerplatte mit dünnen Lamellen drinnen. Es gibt es auch mit breiteren Stäben, aber die wird wahrscheinlich etwas ruhiger sein, nehme ich an, da diese Leisten kleiner sind. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Auf jeden Fall bin ich zufrieden. Es hält noch immer. Man kann den Strom bei dieser Maschine ganz ausschalten. Ich würde sagen, es ist gelungen, Operation gelungen, Patient. Nicht tot, sondern Patient gefräst. Ich werde mich verabschieden. Ich werde weiter arbeiten. Oder vielleicht nutze ich diesen schönen sonnigen Sonntag und gehe spazieren. Das Video kommt natürlich an einen Donnerstag. Aber ihr werdet ja nicht echt glauben, dass ich immer am Donnerstag zufällig das Ganze filme. Nein, das sind Aufnahmen. Vielleicht ist dieses Video schon von 2012 und ihr seht es erst 2030. Oder vielleicht ist jetzt gerade 2023 und ihr seht es 2021. Das heißt, ihr seht es früher. Ist das möglich? Es ist alles möglich. Ich sage Dankeschön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche kommt ein ganz eigenartiges Projekt. Das wurde gefilmt 2053. Es zeigt ein wenig die moderne Tischlerei. Nein, Scherz. Wir sehen uns. Tschüss, Baba. Bleibt mir brav und fallt mir ja nicht nieder. Wir sehen uns nicht oft und irgendwann ist es aus. Aber macht mir keine Sorgen, irgendwann ist es aus. Ich ruck mich, da ruckt am Mitternacht. Der Dr. Walter Tottenbach. Ich ruck mich, da ruckte, die toten wach. Ich ruck mich, da ruckte, die toten wach. Ich ruck mich, da ruckte, die toten wach. Musik Mama, die Nacht ist kalt und im Regner ist schon Sie sitzt wie Radau mit einem rochenen Flinken im Kron